Okay, dann mach. So, okay, er brennt. Vorsicht, geh mir nicht in den Weg. Howdy und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Forest. In der Zwischenzeit, wo wir mal kurz Pulsing gemacht haben, hab ich hier noch ein paar Deckenlampen gemacht. Oh, gruselig. Sehr dekorativ. Ach so, ja, ja. Hier soll noch ein Medizinschrank hin, quasi. Da vorne, haben wir ja letzte Folge schon gesehen, bei mir hab ich schon ein bisschen Snackbar aufgefüllt. Jetzt hab ich kaum mehr was dabei, aber... Ja, ich würd mal sagen, nehm dir das mal alles, ne? Ja, so ein paar Snacks soll ich auf jeden Fall mitnehmen, weil wir haben ein bisschen was vor. Ich nehm mir alles mit. Alles mit, alles mit, alles mit, alles mit. Wenn ich das hier hinkrieg, so, so, so. Ähm, wir gehen nämlich jetzt in eine Höhle. Darauf freut sich der Magi besonders. Der läuft ja schon mit einem Feuerfall durch die Gegend. Ich hab nur noch ein Problem. Bitte, du brauchst Lurche. Ich weiß nicht mehr, welche Flagge das war. Und nun? Müssen wir erst mal die Flagge finden. War das vielleicht braun? Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mehr, welche Höhle das war. Ach, warte, das war eine Höhle am was? War das... Bist du sicher? Äh, ja, ja, ja. Oder meinst du eine Höhle am Arsch der Welt? Ähm, ja, aber daneben ist irgendein Camp. Wo ist denn das... Da ist das Arschloch der Welt, ne? Hier unten müsste es doch sein. Ne, da ist keine Ahnung. So in die Richtung, die könnte stimmen, ja. Weil da haben wir nämlich auch nur eine Flagge. Und jetzt... Hä? Oh Gott! Wow! Abgefahren, hä? Oh, das sieht aber auch total schön aus hier. Also hier... Ne, hä? Scheiße! Ne, ich weiß nicht mehr, wo das war. So, Medizin. Ich gehe jetzt einfach mal hier zu dieser pinken Flagge. Ich glaube nicht, dass die das war. Hier war doch gerade ein Lohich. Da. Hä? Boah, wir sollten uns das mal irgendwie aufschreiben. Ja. Also hier ist eine Höhle, ja. Ne, ist hier eine Höhle? Zeit mal. Hallo? Da. Und ich hau daneben. Und jetzt ist der Lohich weg. Ah, ich krieg's nicht hin. Okay. Äh, 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 verstehe ich nicht. Ach da, durch so einen engen Spalt? Kann das sein? Ja, ne, aber das war nicht die Höhle, das war nicht die Höhle. War ich doch. Ähm, ja, dann probieren wir es einfach mal bei braunen. Ja. Ja, fängt super an. Der ist doch ein Lohich. Aber da ist nur ein Fleisch von Lohich noch. Ja, weil ich das nicht mehr aufnehmen konnte. Ich brauch aber, ähm, nur noch die Haut. Ja. Wir sind ja schon so weit hier, dass wir sagen können, wir leben in einer Wegwerksgesellschaft. Das heißt, das Fleisch brauchen wir gar nicht. Eben, den hab ich auch grad gesehen, den Lohich. Ich glaube nicht, dass... Ja, doch, es könnte sein. Könnte sein. Ja, ja. Hier sind ja die Kollegen hier wieder. Nee, dann war dir das nicht. Nein? Hm. Also ich weiß nicht, welche Höhle das war. Ich war ja nicht da. Ach, hier ist auch ein Höhleneingang, aber das ist auch nicht... Kann das sein, dass du die nicht markiert hast? Weil du nichts mehr hattest, oder so? Doch, doch, ich hab die auch markiert. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich die markiert hab. Dann könnte das tatsächlich die orangene Flagge sein. Hin und zurück und, äh... Oh Mann, Hauptsache Stunden. Das könnte sein, keine Ahnung. Oh, oh, ja, 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 das ist die, das ist die, das ist die auf jeden Fall. Ja, das ist die. Ein kleines Erfolgserlebnis schon mal. Ja. So, ähm... Das wollte ich gleich bestimmt hier... Ja, ich denke mal mit Feuer... Oh, warte. Haben wir... Haben wir... Ja. Für Dynamit müssten wir auch alles dabei haben. Was... Äh, Bomben meinst du? Ja. Also ich hab, glaub ich, zumindest alles dabei. Also zwei Explosives hab ich. Hast du schon fertig gecraftet? Ja, die liegen immer im Inventar seit Ewigkeiten. Ja, dann kannst du dir auch, äh... Aber ich hab halt keine Köpfe, ne, also Headbombs. Also, wir erzählen euch so, äh, jetzt mal kurz den Plan. Und zwar wollen wir in die Höhle, die ist da vorne schon markiert, da waren wir vor ein paar Folgen schon drin. Und da sind wir auf den ganz dicken, äh, Eingeborenen gestoßen. Und ich glaube, wenn... Doch, ich war da. ...wir den besiegen, kommen wir schon mal da runter. Da seht ihr, da ist das... Wollen wir das? Ich markier das nur so ein bisschen mit der Axt da. Wollen wir das? Ähm, ja. Und ich glaube, man kommt auch ganz da runter. Aber ich weiß noch nicht wie und wir müssen einfach mal gucken. Also, ich bin schon mal da, ne? Hase! Was natürlich auch hätte... Oh, warte. Das ist ja sehr lustig. Die Map funktioniert auch über Tage. Ich hab keine Map. Ist immer noch keine Map? Mhm. Ich weiß leider auch nicht, wo es die gibt, sonst... Ist ja auch nicht so schlimm, wenn du eine hast. So, okay. Äh, wir sind auf jeden Fall hier. Bist du auch da? Wo bist du? Du bist da. Okay. Gibt es vielleicht noch was? Wir könnten natürlich jetzt auch so ein bisschen warten, bis hier... Wir könnten auch bis zur Nacht schlafen. Ja. Ja, das könnten wir natürlich tun. Dann haben wir, wenn wir aus der Höhle rauskommen, vielleicht Tag. Wir könnten aber auch einfach jetzt schon mal reingehen und einfach gucken. Was wir auch machen könnten, wäre nicht reinzugehen. Nein, wir gehen jetzt da rein. So, und... Jetzt leckt's. Auf geht's. Ab geht's. Drei Tage wach. So, man sieht, wir waren halt hier schon mal. Ein bisschen laut hier, der Wasserfall. Oh, ja. Schnell hinab, hinab. Es geht weit hinab. Also, und wenn ich weit sage, dann meine ich weit hinab. Ja. Bist du das? Was? Ich seh da grad so einen hellen Lichtschein. Ich glaube nicht, dass du das bist. Ja, aber... Er bewegt sich auch. Ja, das ist aber, glaube ich, das Tageslicht. Das ist noch so ein bisschen buggy. Ah. Überzeugt bin ich nicht. So, ich... Laut. Laut, okay. Ja, hier gibt's... Kann man sich noch so ein paar Sachen holen. Hier könnten wir auch schlafen oder... Ja, okay. Den Koffer krieg ich immer noch nicht auf. Also, es hat sich nicht... Du hast den auf. Nein. Wie gesagt, da ist auch nichts drin. Da sind Flares drin. Bei mir ist da zu. Ja, nichts drin. Da sind Flares drin. Gut. Also, ist da was drin. Und Flares sind hier relativ wichtig. Nein. So, hier geht's weiter. Noch ein Laptop. So. Okay. Was wollen wir machen? Wir... Boah, jetzt hab ich Schock gekriegt. Jetzt war das Feuerzeug ausgegangen. Ich dachte, ich fall wieder da runter. Wir wollen wieder da runter. Na? Aber ich werde mir jetzt erstmal... Da ist der Berg... Ach, scheiße. Ich hab nur eine Uhr. Das ist natürlich doof. Sorry, Buddy. Und ich hab nur einen Alkohol. Das heißt, ich hab eine Bombe. Ja, reicht. Ja. Gucken wir einfach mal. Ich guck mal eben, ob ich... Kann ich... Nein, kann ich nicht. Kletter doch runter. Okay. Ich werde vorgehen. Oder bist du schon? Ich bin schon unten. Du bist schon unten. Ich mach aber vorsichtshalber mein Lichtmaus. Ähm, Uhren. Wie viele Uhren hab ich? Ich hab drei Uhren noch dabei. Okay. Aber ich seh den Kollegen grad nicht, ne? Ja, der geht da hin und her. Also ich seh ihn überhaupt nicht. Kein Stück. Ich guck auch... Ich glaube, hier sind aber zwei. Oh, lass das bitte. Das ist das Problem. Weil hier drüben steht nämlich meiner Meinung auch einer. Zumindest sieht das so aus, als würde ich zwei Arschbacken sehen. Ah, jo. Mhm. So. Und den versuche ich jetzt gleich mal als erstes... Ich friste mal einen Bogen und Pfeil aus, ne? Äh, ja. Ich auch? Ja, das ist auf jeden Fall einer. Und... Ich seh ihn... Oha, diese Flammen sind ja ätzend. Okay, eins, zwei... Kannst du? Warte. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, dann haben wir auf jeden Fall getroffen. Ich nehm Katan eine Hand. Wo ist er? Oh, oh. Rechts. Aufpassen. Ja, der steht da. Da ist nämlich der dicke Hässliche. Hm, warte. Ich nehm die Ecke in die Hand. Aber wo ist der andere? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir... Ich geh mal da hin. Das ist der, der mich letztes Mal angeht. Chill, 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 chill. Ich will den jetzt... Wir schießen wieder drauf. Eins. Nee, nee, nee. Nicht gleichzeitig. Okay, dann mach. So, okay, er brennt. Vorsicht, geh mir nicht in den Weg. Gut. So, okay, ich hab mich gelöscht. Ich hab den nochmal getroffen. Äh. Vorsicht. Der ist tot. Der ist tot? Der ist wirklich tot. Der ist tot. Der ist wirklich tot. Huh. Okay. Den anderen sehe ich jetzt hier. Der ist wieder weg. Der ist weg. Nein, der liegt hier. Nee, der ist... Bei mir ist der weg. Okay, bei mir liegt der da. Warte, ich glaub, da hinten gibt's Boos. Hier gibt's jede Menge. Ja. Oh, shit. Ich hab, glaub ich, grad einen Fall versammelt. Ah, das ist nicht so gut. Mach hier mal ein bisschen was auf. Ach, komm, nimm mal einen Leiter in der Hand. Hier sind überall Flares auch mit drin. Kann ich alle nicht aufsammeln. Was gucken wir uns hier an? Hallo, du sollst das da. The Practical Caver, ja, sauber. Okay, ja, ähm. Flares können wir nicht aufnehmen mehr. Ich hab viel zu viele Flares. Ach, das ist der Kollege, den wir gerade getötet haben, ne? Ja, genau. Der ging recht schnell down, würde ich sagen, ne? Also, das war schon... War recht erfolgreich, ja. Jetzt müssen wir trotzdem aufpassen. Nicht, weil Muschiklaus begegnen oder sowas. So. Boah, ey, das ist richtig weitläufig, glaub ich, ne? Äh, ja. Hier ist ein Boot. Guck so, dass du so an die Ecken gehst und dann... Musst du eben was essen. Okay. Oh ja. Gute Idee. Muss ich nicht auch. So, dass du hier so ein bisschen rumguckst. Dass sie dich vielleicht nicht sofort sehen. So, ja, das Dumme ist, hast du eine Taschenlampe? Ja. Dann leuchte doch mal da rein, weil die geht nämlich weiter als das Feuer. Ja, so, so, super. Ich hab den Feuerbogen... Ach, genau, da hinten, das müssen wir nämlich sprengen. Mit der Bombe. Lass mich eine Bombe nehmen, ne? Du hast nur eine. Okay. Explosive. Okay. Drei, zwei, eins. Wow. Schön an mir vorbei. Ich nehme mal das Ding in die Hand. Ja, okay, hast du noch eine Bombe? Das musst du noch mal sprengen. Oh Mann. Dann lass mich danach aber, ähm... Achtung. Lass mich eben noch Bomben bauen. Uhr, Coin, Boost, genau. Das Ding, Boost, Coin und ne Uhr. Komm, ich mach direkt, äh, drei Stück. Ich kann sogar vier bauen, glaube ich. So, gucken wir mal auf die Map, wie weit wir jetzt hier gekommen sind. Okay, da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Aber, äh, ich war doch, hab doch schon viel. Okay, ich hab vier Explosives. Ja, das ist super. Leuchte mal in die Höhle wieder rein. Ah, da geht, da geht's hoch. Anderen Weg. Dankeschön. Renn zurück. Warum steckst du das Ding nicht weg? Damit ich schnell auf die feuern kann. Ich kletter darauf. Ja. Ich folge dir dann, ne, okay? Jetzt. Sieht nicht so aus, als wär hier was, ne? Aber ich glaube, hier können wir durchbrechen, ne? Durch die Holzdinger. Ja. Axt in die Hand. Katana haut man nicht auf Holz. Bisschen Medizin liegt hier rum, wenn du brauchst. Ah, hier kann man sich auch dann gut verstecken, wenn die kommen. Oh, ich hab immer Angst, gegen dich zu latschen. Aber du bleibst ja auch immer einfach mitten im Weg stehen. Das stimmt allerdings. Da ist nochmal Holz. Hier geht's weiter. Ja, da geht's aber auch weiter. Ich weiß jetzt nicht. Ja, lass das hier mal später, äh... Da geht's auch nach oben. Ja, okay. Dann ist, äh, super. Aber lass mal erstmal hier weitergehen. Du machst mich noch fertig, Fräulein, ey. Da vorne leuchtet auf jeden Fall was. Ich trink mal was. Oh, Mann. Oh, oh. Oh, Muschi Klaus. Ah, komm. Den kriegen wir aber, den kriegen wir, den kriegen wir. Okay, ich nehm den Bogen in die Hand. Ich schieße als erstes drauf, falls ich verfehle, ja? Ja. Ich sehe ihn gerade noch nicht. Da, ich schieße. Verfehle. Und eben. Mach dich aber bereit zu laufen. Ich glaube nicht, dass der alleine ist. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn gerade nicht. Der geht da hinten. Ich sehe ihn nur noch ganz schwach. Warte. Bevor wir weitermachen. Ich nehme eben die Taschenlampe in die Hand. An der Decke sind auch welche, oder? Siehst du da? Oder sind das keine? Oh, ich sehe ihn nur noch. Sie haben uns gesehen. Oh, Gott. Lauf. Lauf. Vier Stück oder so. Direkt links rein. Nee, warte, warte, warte. Komm zurück. Die sind... Die haben sich zurückgezogen. Boah, leck mich am Arsch, ey. Nimm doch einfach das Katana und die Taschenlampe. Hab ich. Weil Katana macht die in zwei Schlägen kaputt, wenn du die triffst. Und ich zünde die einfach an. Du siehst sie. Schieß einfach mal. Gut. Boah, dass ich den getroffen hab, ne? Weiterschießen. Steckt der jetzt auch die anderen an? Ja, der hat aber... Warte, ich probier. Schade. Ach, da vorne ist noch einer. Ich hab auf Muschiklaus gezielt. Da vorne ist noch einer, ne? Links irgendwie. Ja, ja, ich sehe den. Recht dunkel, der Kollege. Ich sollte mal zur Olympia gehen. Zum Bogenschießen. Okay, der ist tot. Ich steck meinen Pfeil wieder an. Ach, da ist noch einer. Komm, den krieg ich auch. Nice. Da hinten ist Muschiklaus, ne? Ja. Der ist auch tot. Warte. So. War'm platt. Vorsicht. Vorsicht. Ich glaub, ich hab Muschiklaus getroffen. Ich glaub, ich hab Muschiklaus getroffen. Ja, aber da sind es trotzdem noch Kollegen vor dir. Du siehst einen. Mach'n platt. Schießen ab. Der steht da einfach nur rum. Wir sind getroffen. Geh hin mit dem Katana. Schnell. Aber ne, der ist tot. Er ist tot, er ist tot. Da siehst du noch einen? Ja, ja, warte. Ich muss gucken. 17 Pfeile hab ich noch. Äh, es leckt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach'n platt da vorne. Also die Folge dürfte vielleicht ein bisschen Überlänge haben. Egal. Oh, ja. Getroffen. Komm, jetzt geh down. Komm, schau'n. Der lebt noch, der lebt noch. Der kommt. Nice. Der ist tot. So. Jetzt seh' ich aber keinen mehr, ne? Also ich bin an der Decke. Da ist, glaub' ich, auch noch einer. Wo? Da oben? Leuchte mal hin. Mach' ich. Kann das sein? Das ist so'n heller Punkt da oben. Also es kann sein, dass das auch einer ist. Ich seh' da nichts. Ich seh' da gar nichts. Okay. Nee, ist okay. Ist ein blödes Schattenverhältnis gewesen. Ich seh' ja grad' nichts, ne? Da ist was. Da ist einer. Okay, der ist down. Gut. Aber Muschi-Klaus seh' ich nirgendwo. Ich auch nicht. Und das macht mir gerade übelst viel Angst. Hier ist ein Generator. Kann man den nicht mitnehmen? Schade. Nein, kann man nicht. Aber der... Hier sind Kisten. Leuchtet gut. Ah, Fläsch drin. Uah! Wow! Arschloch! Der kam von oben und ich war fast tot. Danke, danke, danke. Ja, okay. Da kam auch schon das Geräusch. Und ich dachte mir, irgendwo muss jetzt hier einer sein. Ich bin gar nicht viel gehört. So, aber wo sind... Bist du Muschi-Klaus? Nein. Der ist weg. Ich glaub', ich hab' den getötet. Allerdings bin ich auch nicht da, wo ich eigentlich sein wollte. Ja, okay. Dann gehen wir zurück und links die Seite rauf, oder? Ich steck' mal da Taschenlampe weg, weil die hat nur noch 16 Prozent. Achso, kannst du kurz unter Wasser leuchten? Hm, geht das? Ähm, ja. Geh einfach mal kurz mitschwimmen. Geht das? Nee. Oder geht die dann aus? Nee, ich seh' da nichts. Scheiße. Weil hier geht's auf jeden Fall lang. Hier kann man, äh, tauchen. Wie kannst du da was sehen? Lass'n... Komm mal, komm mal, äh... Ja, ich versuche es. So, ansonsten lass uns hier mal eben die Folge wenden. Okay. So, ja. Was? Ich glaub, wir müssen auf jeden Fall da durch. Das Problem ist, wir haben... Ich hab' zwar irgendwo ne Atemflasche, aber ich hab' keine Taucherbrille. Die hab' ich auch nicht. Atemflaschen hab' ich vier Stück. Ich weiß, ich... Ich weiß, ich hab' mal eine gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo. Komm. Wir gehen einfach zurück und nehmen den anderen Ausgang. Auf jeden Fall sagen wir erstmal auf Wiedersehen, ne? So ist es. Macht's gut, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.